Horst Seehofer droht jetzt mit drastischen Maßnahmen in der Asylpolitik. Spätestens im Winter will Bayerns Ministerpräsident verstärkt auch die Kirchen in die Pflicht nehmen. Seehofer wirft der Bundesregierung vor, die Flüchtlingskrise sei eine Katastrophe mit Ansage. Unterdessen will EU-Kommissionspräsident Juncker Frankreich und Großbritannien bei der Bewältigung der Lage am Eurotunnel unter die Arme greifen, finanziell als auch bei der Bearbeitung von Asylanträgen. Bei Calais haren seit Monaten tausende Flüchtlinge aus und versuchen unter lebensbedrohlichen Umständen nach Großbritannien zu kommen.